Wie Fleischesser sich oft chronisch selber belügen, aber dabei vollste Überzeugung ausstrahlen. Guten Morgen! In der Diskussion um den Fleischkonsum wird ja häufig darauf hingewiesen wie natürlich das Fleischessen ist. Aber wieso wird ein hungriges Menschenbaby dessen Instinkte nach dem Stillen sicherlich noch intakt sind, selbst dann wenn die Mutter Fleischesser ist und entsprechend diese Ernährung mit der Muttermilch auch ihrem Kind noch zusätzlich gegeben hat, immer wenn man es einen Apfel oder ein Häschen zur Auswahl gibt, den Apfel essen und mit dem Häschen spielen. Warum? Ein Junges von Raubtieren würde sich immer auf das Fleisch stürzen. Und was passiert dann nun im Laufe eines Menschenlebens? Wir gehen als Kind in den Supermarkt und lernen Lebensmittel kennen. Und da sehen wir nur noch das Fleisch abgepackt, oben drüber steht auch Lebensmittel, die bunten Bildchen, mit denen wir gewisse Assoziationen gelernt haben, die in unserem Bilderbüchlein waren. Eventuell haben wir ja auch noch von der Fleischindustrie gesponserte Kinderbücher, wo dann auch die zufriedenen lachenden Kühe da sind und wie es dann geschlachtet wird und das wird natürlich alles schön verpackt. Und so wachsen wir auf. Und jetzt denkt mal daran mit welcher Vehemenz die Menschen darauf bestehen wie natürlich Fleisch ist. Die Menschen die noch nie ein Tier geschlachtet haben, die das komplett, diese Realität was da tatsächlich passiert, die das nicht mehr ertragen könnten und die diskutieren Fleisch essen ist natürlich und dann wenn wir dabei stehen und wenn wir zack der Kopf fällt oder Schlitz und Blut wie die Menschen dann reagieren. Diese Arroganz mit der Menschen von etwas reden wovon sie überhaupt keine Ahnung haben, das lässt mich täglich laut auflachen. Menschen, Opfer die seit Kindheit manipuliert werden vom Marketing der Unternehmen. Diese Opfer stellen sich hin und referieren darüber wie Fleisch unsere natürliche Nahrung ist. Und das obwohl nun mittlerweile auch der Fleischkonsum von viel Fleisch von der Wissenschaft als definitiv gesundheitsschädigend eingeschätzt wird. Überlegt einmal ganz genau was passiert wenn man diese Menschen die wirklich das ganze Leben lang Fleisch konsumiert haben und der Überzeugung sind dass wir genetisch auch Fleisch essen sollten. Wenn Du diese wirklich mal mit auf eine Weide nehmen würdest und sie vor die Kuh stellst und diese dann in die Augen schauen sollen, wie der Raubtier seine Beute auch anschaut. Diese Menschen sollen sich vor eine Kuh stellen und sie anschauen Auge in Auge, 1-2 Minuten lang und wir reden hier wirklich von Menschen die ein Leben lang behauptet haben und deren Einstellung ganz klar darauf ausgerichtet ist, dass wir Fleisch essen sollten, also die durch und durch überzeugt sind, die Fleisch gegessen haben, die überzeugt sind davon dass Fleisch gesund ist, die auf nichts hören, die also wirklich vollkommen überzeugt, die also instinktiv wo alles bedient wurde und da kommt noch die vermeintlich genetische Prädisposition dazu, also dass wir ja instinktiv sowieso alle Fleischesser sind und dann steht man da vor der Kuh, umso länger sie der Kuh in die Augen schauen, umso mehr Mitgefühl und Liebe wird der Großteil der Menschen spüren, obwohl sie das komplett anders gelernt sind und genetisch angeblich auch auf Fleisch gepult sind, aber sie ja Mitgefühl und Liebe spüren. Es mag Einzelfälle geben die anders reagieren, es gibt auch Kannibalen und Menschen die Babys essen, das gibt es alles. Unser Geist und unsere anatomische Vielseitigkeit erlauben ja eine große Bandbreite an. In unserer aktuellen Entwicklungsstufe gibt es keinen Grund für uns mehr Fleisch zu konsumieren. Entwicklungsstufe geistig wie körperlich, im Gegenteil, gesundheitliche, ethische und ökologische Gründe sprechen eine deutliche Sprache. Nichts in uns ist derzeit ein Fleischesser. Wir können Fleisch essen, egal ob kleine Menschen Babys oder kleine Schweine Babys, unser Körper kann sich da auch Nährstoffe rausziehen ohne Frage. Aber die Nahrung die wirklich, natürlich und sich durch und durch richtig anfühlt. Die Nahrung die uns nicht durch die Unternehmen und deren Marketing seit der Kindheit aufgedrückt wird. Die Nahrung die wir tatsächlich natürlich auch zu uns nehmen können, deren Herstellung wir nicht in großen abgeschlossenen Hallen durchführen müssen, welche wir nicht durch Tonnen an Gewürzen und Zubereitungsmöglichkeiten so entfremden müssen, dass sie dem Großteil der Menschen schmeckt, DAS sind Lebensmittel und DAS ist unsere Nahrung, wofür wir echtes natürliches Verlangen haben. Beeren am Strauch, frische Pfirsiche Äpfel, Birnen am Baum, schöne reife Tomaten, DAS ist unsere natürliche Nahrung und nicht andere fühlende Lebewesen. Es ist doch so deutlich zu erkennen aus diesen einfachen Zusammenhängen die ich Euch geschildert habe. Es braucht nicht einmal wirklich die Wissenschaft, es ist sooo einfach, wann wird das auch der letzte verstehen. Es ist einfach so krass wie es auch ist sich selber vor 5 Jahren zu sehen und wie man sich selber belogen hat oder diese Themen auch gar nicht an sich herangelassen hat, weil man intuitiv genau gewusst hat, was passiert wenn man die Themen an sich heranlässt oder wenn man nur kurz nur ganz kurz darüber nachdenkt. Ziere essen? Wie leicht habe ich mich manipulieren lassen. Unglaublich. Ich bin so froh dass sich meine Augen geöffnet haben. Bitte animiert so viele Menschen wie möglich sich diese einfachen Zusammenhänge einfach mal vor Augen zu führen, einmal nachzudenken in ihrem Leben. Die Zeit durch die Manipulation der Massenmedien hat ein Ende. Mit Youtube und Co. haben wir Menschen die Macht durch Teilen von Informationen, die auch entscheidend an der Meinungsbildung dann mitwirken können. Macht davon Gebrauch. Ich wünsche Euch noch einen wunderschönen Tag Euer Christian.